Hallo Wolfgang, alter, treuer Weg- und Kampfgefährdeten, lieber, guter, alter Freund, herzlich willkommen bei den glorreichen Siebzigen. Ich wäre ja zu deinem Fest gekommen, aber auf der Einladung, da stand leider drauf, bitte ja keinen Knoblauch mitbringen. Und du weißt, ohne Knoblauch, da geht bei mir aber schon gar nichts, aber Gott sei Dank bei dir auch. Also uns beide findet man jederzeit auch im Finstern, weil ich sage uns beide, ich habe hier in meinem Schreibtisch gekramt und habe da ein seltenes Foto gefunden. Naja, so oft sind wir nicht zusammen fotografiert worden. Das ist in einem Fernsehstudio oder in einem Filmstudio, das musst du dir anschauen. Also wir sind beide gut drauf, du lachst wie ein Hutschpferd, aber Wolfgang. Was du mir da rückwärts drauf geschrieben hast, das, ich muss es vorlesen. Hoffentlich finde ich jetzt den richtigen, gerade manchen Ton. Lieber Peter, ich lache aus vollem Herzen auf diesem Foto. Weil mir die Rale in den Sinn kommt, wäre ich eine Frau, würde ich über dich denken, in den Bessern hätte ich nicht kriegen können. Als Partner, Freund, Mensch und Profi. Und das schon seit Mitte der 60er Jahre. Ich bin ja jetzig lange keine Frau und denke aber auch so über dich. Einem Bessern hätte ich nicht kriegen können. Danke dem Glück mit dir, die schönsten Jahre meines Lebens verbracht zu haben. Dein alter Wolfgang. Also alter ist ein bisschen übertreibend. Das tut gut. Ja, uns beide verbindet sehr viel. Nicht nur die Arbeit, nicht nur die Musik, nicht nur die Freundschaft, nicht nur der Knoblauch. Ich habe dir vor, das muss ich jetzt erzählen, ich habe dir vor Jahrzehnten das Schwimmen beigebracht. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, nee Peter, schaffst du nicht, erspare dir die Liebesmühe, das lerne ich nicht mehr, ich bleibe nicht Schwimmer. Nach ein, zwei Tagen konntest du schwimmen. Und heute schwimmst du Kilometer weit in allen Weltmeeren. Und durch dich kommt diese Welt noch einmal zu mir. Da lerne ich sie noch einmal kennen, obwohl ich dort gar nicht war, wo du überall warst. Aber durch deine Filme und durch deine Erzählungen, wenn du mich mal besuchst, dann kommt diese Welt auf wunderbare und höchst intelligente Art und Weise auch zu mir. Aber jetzt, lieber Wolfgang, möchte ich deine Popularität ein bisschen in eigener Sache ausnutzen. Meine Damen und Herren, mein liebes Publikum, bitte glauben Sie nicht jeden Quatsch und jeden Schwachsinn, den es hier und da über mich zu lesen gibt. Danke. So, das war's schon. Wolfgang, tut mir leid, aber das musste sein, wann komme ich schon mal ins Fernsehen. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, bleib so wie du bist. Und noch eine gute Nachricht, Frau Ewa hat schon jede Menge Knoblauch gekauft. Der kann nur für uns beide sein. Also schau wieder mal vorbei. Und noch jemand gratuliert dir, aber von höherer Worte. Du weißt schon. Servus, Wolfgang. Amen.